Ihr könnt doch ein Gen-Ziler wie mich dann nicht so eine Bühne bieten, der dann trotz dieser ganzen Sachen und die Strapazen einfach durchzieht. Welches Bild vermitteln wir denn da bitte? Wir brauchen das Bild einer faulen, verwahrlosten Generation. Das ist dann auch für Leute, die halt wirklich arbeiten wollen. Kurzes 2-Minuten-Video. Grüne Tomate, von unten fauls. Würmchen ist drin, ne Made. Und wer ist da schuld? Die Amis natürlich. Wer denn sonst? Das Video fängt ziemlich unscheinbar an. Man sieht halt dann zuerst die Tomaten, die in ihren Kübeln gebaut werden. Und dann eine Tomatenfrucht, die dann von unten her anfängt zu faulen. Maden waren zu entdecken, wodurch dann der Verdacht auf Blütenendfäule dann hinfällig wurde. Das wurde ihm dann von seinen Zuschauern gesagt, dass es sich darum Blütenendfäule handelt. Die Tomaten es halt bekommen haben, weil sie einen Kalziummangel haben. Und er ja sehr viel Urgesteinsmehl und andere Pülverchen und Dünger eingearbeitet hat. Und dass da nicht sein kann, dass dann die Tomaten wegen der Blütenendfäule dieses Schadbild bekommen. Meistens ist es bei der Blütenendfäule so, dass es viel weniger nicht der fehlende Kalzium im Boden ist, den die Pflanze nicht aufnehmen konnte. Weil die meisten Blüten halt meistens überdüngt sind. Die müssen das nun mal genug haben. Eher das Problem an der Wasserversorgung ist, denn der Kalziumtransport und die Wasserversorgung in der Pflanze sehr eng miteinander verwoben ist. Und wenn du dann Zeiten hast, wo es ziemlich lang trocken ist, eine Dürre und die Tomate deshalb nicht genug Wasser bekommen hat, dann kann es dann sehr schnell passieren, dass sie die Blütenendfäule bekommt, obwohl die Nährstoffe genug im Boden vorhanden sind. Vor allem, wenn die Tomate in einem Topf angebaut wird, passiert es dann mal sehr schnell, dass dann die Pflanzen eine Blütenendfäule bekommen. Weil bei einer Temperatur durchgehend im Sommer rund 30 Grad, kannst du dann ruhig jeden Tag gießen, damit deine Pflanze auch genug versorgt ist. Das passiert mir hier genauso, dass die Tomaten bei mir in den Töpfen, wenn ich die mal ein bisschen vernachlässige, die sehr schnell Blütenendfäule bekommen. Obwohl selbst die Töpfe bei mir, die Erde ziemlich gut aufbereitet ist, aber dann die Wasserversorgung nicht ganz so stimmt. Und drinnen bei mir im Folientunnel, wo sie halt im Boden drin sind, die so gut wie gar keine Blütenendfäule bekommen. Vielleicht von den 100 Pflanzen eine, weil die halt jetzt nicht ganz so optimal steht oder die Konkurrenz zu anderen Pflanzen zu groß ist. Direkt im Boden ist ja kein Problem. Tomate ist ein Tiefwurzler, die holt sich dann das Wassertopf schlechtmöglich. Es gibt noch andere weitere Ursachen für die Blütenendfäule. Video dazu habe ich auch gemacht, werde ich dir unten verlinken. Dann kommen wir zu einem bösen Parasitenbefall, der auch bei Tomaten nicht ganz so unüblich ist. Es gibt da einige Schädlinge, die auch gerne die Tomate fressen. Nicht nur die Blätter, sondern auch die grünen Früchte. Da gibt es zum Beispiel die Tomatenminierfliege, die Tomatenfruchtfliege oder auch der Tomatenbickler. So wie die Reiswanzen, die auch der Ersteller in seinem Video erwähnt. Mein guter Freund, herzlichen Glückwunsch zur Entjungferung. Irgendwann hat jeder mal sein erstes Mal. Dass du einen Schädlingsbefall hast oder wie du es nennst, einen Parasitenbefall. Es kann passieren, denn wenn deine Tomaten schon wahrscheinlich die Blütenendfäule bekommen, in diesen Töpfen da wachsen, vielleicht dann noch zu viel Stress haben durch das Wetter, was wir dieses Jahr haben, kann es dann durchaus passieren, dass deine Tomaten nicht ganz so kräftig sind und diese Schädlinge dann das Schwache ausselektieren, wie es in der Natur so vorgesehen ist. Fruchtfliegen werden auch gerne vom fauligen Material angelockt oder von Früchten, die angefressen werden, damit sie dann dort ihre Aufgabe wahrnehmen und das Zeug zersetzen. Vielleicht hast du noch nicht genug Zeit darin investiert, um deinen Garten nützlingfreundlich zu machen, damit natürliches Gleichgewicht entsteht und du Nützlinge hast, die eventuell deine Schädlinge auch in Schach halten können, vielleicht sogar in Schach besiegen. Ein lebendiger, fruchtbarer Boden, der durch Bakterien und Pilzen durchwoben ist, Totholzhecken, eigenen Kompost, Steinhaufen, Blühpflanzen, Mischkulturen. Aber was sehe ich denn da bei dir? Ist das eventuell eine Thuja-Hecke? Der Baum des Todes? Nee, nee, alles viel zu weit gedacht. Die Lösung liegt doch auf der Hand. Einfach nach oben filmen, da sprühen sie ja schon wieder, nebligen Schleier. Und es müssen die Chemtrails und die Amis gewesen sein. Vor allem die Amis, die haben ja schon zum Zweiten Weltkrieg Kartoffelkäfer runtergeworfen, um halt hier die Nahrungsmittelversorgung Nazis einzuschränken. Das haben die damals gemacht. Kriegsführung. Dennoch Hut ab, mein Freund. Du musst ja richtig wichtig sein, dass die Amis dich auf dem Kicker haben. Du musst ja irgendwas Grandioses leisten. Irgendwas, was dieses System zum Wanken bringt und die Amis deshalb Angst haben. So, denn mich lassen sie in Ruhe. Meine Pflanzen wachsen hervorragend. Und der Himmel ist auch klar. Und natürlich steht auch schon der Hungerplan 20, 24 und 25 an mit dem Motto, endlich mal entschlacken, entgiften und fasten. Aber das ist natürlich nur ein Vorwand, denn in Wirklichkeit ist es so, die werden natürlich weiterhin die ganzen Scheiße über unseren Köpfen aussprühen und uns weiterhin vergiften. Und durch das Zwangsfasten kommt es dann dazu, dass unser Körper zwar die Gifte abbauen möchte, aber sie nicht rauskommen und wir uns deshalb selbst vergiften werden. Und das heißt, wir werden langsam sterben. Fuck! Der Erste werde ich sein. Ich laufe ja sehr viel oberkörperfrei rum, tue 20 Stunden am Tag fasten. Freunde, das wird echt bitter ausgehen. Mein Körper reagiert doch so empfindlich auf die Umweltgifte. Habe ich wirklich nur noch ein halbes Jahr zu leben? Aber die Kommentare sind auf einer Seite ziemlich sinnvoll. Die weisen auch auf das Problem hin mit dem Schädling. Andere sind auch ziemlich süß. Und andere Aussagen machen einfach nur traurig oder sind besorgniserregend. Einige sind sogar schon dabei aufzugeben. Ja Leute, was ist denn da los? Was ist da los? Ihr könnt doch nicht einfach das Handtuch werfen. Ja, das Jahr ist ein bisschen anspruchsvoll vom Wetter her. Und das Jahr davor auch. Und das davor auch ein bisschen. Jedes Jahr gibt es irgendwelche anspruchsvollen Sachen. Sonst wäre es ja auch langweilig. Aber ihr könnt doch nicht einfach aufgeben. Ihr könnt doch einen Gen-Ziler wie mich dann nicht so eine Bühne bieten, der dann trotz dieser ganzen Sachen und die Strapazen einfach durchzieht. Welches Bild vermitteln wir denn da bitte? Wir brauchen das Bild einer faulen, verwahrlosten Generation. Das ist dann auch für Leute, die halt wirklich arbeiten wollen. Also bitte, Zähne zusammenbeißen. Was sagst du da, Wolfi? Siebfe klatschen. Pack ma's. Schaff. Untertitelung.